Herzlich Willkommen zurück, schön, dass ihr wieder da seid. Wir machen weiter mit Darksiders 3. Wir haben jetzt letzte Folge hier ein neues Gebiet erkundet. Warte mal, bin ich da überhaupt zurück? Wo mummel ich denn hin, dann häng ich da, ne? Da will ich gar nicht zurückmummel. Macht das Ben, bis gleich! Ich glaub, da muss ich einfach noch rüberfliegen. Aaaaah, Table Flip! Warum eine? Wegen Mummel oder was? Naja, keine Sonne, das machen wir gleich noch. Will ich hier rüber? Ich hab halt echt so viele Optionen, ne? Das ist echt schlimm. Ah, okay, ich geh erst rüber. Ich muss ja auch ein paar Leuten den Arsch aufreißen. Junge, ihr wollt das nicht. Seht ihr an, was ich hier für Spezialangriff mache, nur weil ihr nicht trefft? So, alles down! Schon geil, wenn man die Kombination mit einer alle weiter rauf hat, der Hammer! Und sich noch ein Licht! Und Engels-Artefakt, sehr nice! Und neben dem Engels-Artefakt habe ich da auch noch einen Kollegen, der da wand denkt. Da fällt mir noch ein Landmaßel runter. So, hier scheint nichts mehr zu sein, ne? Alles sauber. Alles klar! Haben wir ja alles schon gehabt. So! Ein Lerkergefäß, ja, Seelen braucht man immer! Ich höre die ganze Zeit nur Gestöhne! Aber wirklich sehen tue ich noch keinen. Irgendwie alle hier unten drunter, oder was? Irgendwie alle hier unten drunter, oder was? Es scheint echt irgendwas geiles zu sein. Okay, wir gucken uns das Gerät mal hier unten an. Was ist denn da? So, Riesenmummel! Ab jeder! Oh, geile dicke Höhle! Was ist denn da? Das Gestöhle kommt doch über mir her! Obwohl, hier habe ich was zum kaputt machen. Ja, ich bin die Murmel! Okay, ich habe jetzt irgendwas hier frei gemacht. Aber ich weiß noch nicht, was mir das bringt. Wahrscheinlich kann ich den nachher drehen, oder sowas. Das wird auf jeden Fall irgendwie relevant gewesen sein. Ich bin die Murmel, hast du gesehen? Nein, nein, mit euch Murmel ich gleich noch. Keine Sorge. Das ist für mich auch das Essen, ne? Ich freue mich auch drauf. Ich glaube, das wird Donnersachen-Mods-Gordich. Komm, ich will hoch Murmeln! Wo ist denn jetzt hier? Ich bin doch hier runter gegangen und habe irgendein lustiges Gerät. Da hinten. Da hinten. Ach, wahrscheinlich war der blockiert. So, der hier war eigentlich blockiert und ich hätte da lang müssen. Wollen wir wecken, dass das die Lösung gewesen war? Ja, das sieht auch so aus. Ja. Großen Dinger mache ich natürlich alle kaputt. Dann, wenn da vorne eine Seele drin ist oder eine Seele drauf liegt. Jawohl. So. Da oben wäre der geheime Gang zum anderen Bereich gewesen. Ich wusste es! Ich wusste, dass es dich gibt. So. Und wie wäre ich da jetzt rübergekommen? Ich muss nur das gerade ein bisschen von hinten anschauen. Also, könnte technisch rausgesetzt, dass funktioniert, was ich aber erstmal nicht glaube. Ne, keine Sorge, das geht mir noch hin. So. Echte Kollegen. Da würde ich mich rüber schwingen. Und das mitten in nichts. Und da will ich ja nicht hin. Ich will ja eigentlich da hin. Ach, guck mal. Ich glaube hier. Meine Freunde, seht ihr das? Da müssen wir uns nachher drauf stellen. Seht ihr das? Und hier. Da. Das ist das Secret. Okay. Und wie gehe ich jetzt da hin? Anvisieren kann ich die von hier nicht, ne? Warum kann ich nochmal gleiten, wenn ich es nicht richtig nutzen kann? Ach, ich kann es doch. Moment. Das ist aber eine Unterstellung hier. So, wo bleibst du eigentlich jetzt stehen? Genau hier, ne? Ich habe mir schon fast gedacht. So. Und da das ja aktuell... Oh! Ihr habt es gehört, ne? Bing, bing, ich drücke. Was passiert? Ich drücke doch. Was ist denn dein Problem? Ich sag, das liegt an diesen Einheiten. Der ist kein Problem. LOL. Aber der erste. Naja. Lass mal dahingestellt sein. Lass mal dahingestellt sein. Lass mal dahingestellt sein. Ich möchte, da komme ich nur so da oben hin. Und das jetzt hier ist der... Ah! Egal, Stahl, oder? Ganz cool, ey. Ist das jetzt der Bereich, den ich... Ist ein anderer Bereich. Ich glaube, einen Shortcut habe ich freigeschaltet. War ich hier schon mal? Uh! Ich steige hier beim Wasser. Guck mal an, was wir gefunden haben! Jetzt schaue ich mal gerade, was da hinten in der Ecke noch war. Wäre ich da weitergekommen? Ja, da wäre ich hochgekommen. Und das sieht auch so aus, als wäre es richtig. Ich behaupte, der Wasserweg hier... Den sehen viele nicht, weil sie das Ding aber nur aufmachen. Hier ist ja unter Wasser nichts. Aber... Wenn ich jetzt hier mit der Staseform hingehe... Ich mache nicht nur alles nass. Ich friere es auch noch ein. Und dann brenne ich es nieder. Boah, das stinkt doch schon. Für mich stinkt das hier, Leute. Oh, einer in... Was für Sperren wirfst du denn? Du hast rote Augen. Okay. So, der wirft gar nichts mehr nach mir. Hallo! Killer Manili! Danke für die Follower. Killer Manili. So, jetzt bin ich hier oben. Ist das irgendeine Bereicherung für mich, dass ich jetzt hier oben bin? Ansonsten wäre ich da hinten gewesen. Wäre hier raufgekommen. Tülülülülülü. Und hätte dann Gitter gehabt. Aber jetzt muss ich es trotzdem wissen, was da gewesen wäre. Ach, ich hasse meine elendige Neugier. Und ich habe gedacht, das hier wäre der richtige Weg gewesen. Ne, hier ist gar nichts. Artcore verarscht. Dankespiel. Da ist der Weg. Da oben wäre der richtige gewesen. Oh ne, ich habe schon gedacht, ich habe ein besonderes Secret gefunden. Ich habe gar nichts gefunden. Oh gut. Wir können ja jetzt ja gottssagen schnell rüber watscheln. Wir wissen, was geht. Überrascht werden wir auch nicht mehr. Ich will ja nicht sagen, dass es knapp war, aber das war auch so im Schitten knapp. So. Zurück zu meiner Lieblingsform. Und dann sagen wir mal lieb hallo. Moin. Komm mal, ey. Unten auf. Boden mit dir. Und guten Nacht. Wenn er, wenn er schon so freundlich in mir den Konter treibt. Und ich halte ruhig. Nö, war schuld. So. Was ist jetzt eigentlich mit, mit dir? Da möchte ich lang. Und. Ja, da bin ich lang. Moin, Digga. Wow. Die kenne ich übrigens aus Darkseiders 1 noch. Wenn die nicht kennt. Da waren die rekt bekannt. Komm, ich gehe mal ein bisschen neben raus. Oh, liegt getroffen. Und jetzt aber. Ein bisschen Life Raid. Und nochmal. Gute Nacht. Ewig. Aggressive Fury. Was? Noch einer? Auch noch voll eine mitgegeben. Sehr nice. Ich bin gekommen, um den Arsch zu versuchen. Aber du bist einfach nur ein dicker Hammer mit roten Augen wieder. Gute Nacht So, noch in den Monaten, fuck, ich nehme sie alle. Versteht es als Drohung, ich nehme euch alle. Das ist ein anderer Weg, als den ich nicht gehabt hätte, oder? Okay, da ist ein Fahrstuhl, toll, bin ich da richtig? Jetzt will ich hier hinten lang, oder muss ich sowieso lang, alles klar. Jetzt heißt es die Richtung, wenn ich die gehe, pass auf. Hier oben war es, ne? Jetzt heißt es, jo, jetzt gehe ich richtig. Also welche Richtung ist denn jetzt richtig zum Boss? Das ist doch verwirrend. Dann blickt doch keiner mehr durch. Mach mal den Laden hoch. Ist hier drunter ein Secret? Okay. Hätte ja sein können. Hey, ich will den Fahrstuhl wieder haben. Hallo? Fahrstuhl? Da kommt er. Sehr schön. Wir gehen jetzt oben lang. Ich weiß, dass ich da hinten auch gerne lang gehen würde, aber der hilft ja alles nicht. Einen Weg muss ich ja gehen. Und momentan behaupte ich, sieht der weniger nach Boss aus. Ich glaube, wir haben Boss hier, Leute. Moin. Das ist nicht schlecht. Sogar, entschuldige meine Offenheit, dumm, Herren. Samal? Ne, oder? Wofür hast du solche Angst? Sieht aus wie ein weiterer möchte gern den Nomen der Oberer? Das ist Samal. Oder? Ruhig, werte Dame. Stahl und Peitsche sind nicht nötig. Ist das Lucifer? Noch ein Dämon mit rätselhafter Absicht. Kennst du Vulgrim? Ich glaube, ihr zwei würden euch verstehen. Nein, werte Dame. Vulgrim handelt mit Abfall. Abraxis. Handelt mit Stil. Abraxis. Ah, wie ich sehe, eilt mir mein Ruf voraus. Das tut er. Jemand will damit tot. Ja, Blut. Ach, wer soll sich hinten anstellen? Die zackhaften beneiden stets die Starken. Ist es nicht so, Beobachterin? Sehr schön, aber der Fürst des Abgrunds hält dich für einen Wichtigtur. Du hast den Verräter gesehen? Wo? Spielt keine Rolle. Was zählt ist, dass er deinen Tod will und ich will wissen wieso. Du bist eine kluge Frau. Das merkt selbst ein Halblinder. Darum will ich dir die Wahrheit sagen. Das wird das Heim eines sehr, sehr bedeutenden Dämones sein. Jemand, der diesen Krieg ein für allemal gewinnen wird. Und ich werde ihm zur Seite stehen. Dem Verräter gefällt das nicht. Er fürchtet Veränderungen. Ein bekanntes Übel ist das kleinere. Und was ist mit dem Verräter? Was will der Fürst des Abgrunds? Manchmal gewinnen die Vögel. Manchmal die Fledermäute. Ausgewogenheit. Doch der Verräter, der Verräter will mehr. Der falsche Fürst will ein falscher Gott sein. Er will diesen Planeten aushöhlen, wie er Seelen aushöhlt. Das ist sein Werden. Er hat dich auf nicht gehetzt. Er weiß, wenn man Fürst erst einmal ab ist, wird er Praxis den Verräter finden und ihm für seine Taten die Eingeweide herausrasten. Wir hatten ja schon Kontakt mit Engel. Ich glaube, das ist jetzt unser Dämon-Kontakt. Um zu wahren. Der Fürst des Abgrunds glaubt, er sei die Ordnung. Wenn die Dame sich treu bleibt, muss sie den Verräter töten. Bald, bevor er sich erhebt. Aber wenn du mich überraschen willst, bitte mach weiter. Ich habe ein Imperium zu errichten. So, wen töten wir? Geil, ich habe eine Entscheidung. Wollen wir den Fürst des Abgrunds töten oder Abraxistöten? So, Chat. Jetzt dürft ihr mal entscheiden. Wollen wir den Dämonen töten oder den Fürst des Abgrunds? Töte einfach alle. Ja, das geht leider nicht. Die Optionsmöglichkeit gibt es nicht. Beide. Chat, ihr seid so hilfreich, ne? Wenn zwei Leute schon beide direkt schreiben. Abraxistöten. Okay, noch einer. Wer hätte gern was? Ich meine, wir haben Engel ja auch schon verdroschen. Und dann auf unserer Seite, naja. Er schuldet uns einen Gefallen. Unsere Seite geholt ist vielleicht jetzt falsch. Also irgendwie, der Fürst des Abgrunds... Ich weiß mit der Rolle noch nicht so richtig anzufangen. Der verhält sich halt sehr mysteriös. Ich glaube ja auch, dass es unser Endgegner ist. Aber komm, wir nehmen Abraxist. Bist wohl ein sehr redegewandter Dämon, was? Der Beste. Dann wird deine Zunge eine schöne Tauphäe abgeben. Nur zu. Ohohohohoho. Okay, mein Freund. Verzeihung für die nebliche Schlage. Guten Tag. Noch mal einiger. So, das ist kein Endgegner. Ich muss das Leben aus dir rauskutschen. Okay, Phase 2, Baby. Du bist der Fernwärmlichke. Du bist der Meister auf dich, der Software. Du hast alte Werkzeuge und ein Aggressionsproblem. Ich... Ein Aggressionsproblem. Ich doch nicht. Da kommt, Charge, bitch. Nein! Oh, ich hab die Heilung nicht schnell genug durchgekriegt. Fuck! Ja, das ist in der Darksat des Welt haben die Dämonen die Flügel umgedreht. Warum auch immer. Können trotzdem fliegen. Ah, fuck, das war knapp. Okay, 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 okay. Nein! Nein! You're fucking kidding me. Oh, Leute, ich hab kein Bock auf euch. Das ist natürlich super nervig. Oh, ich hab kein Bock auf euch. Die funktioniert wunderbar. Es ist nur dieser eine. Da ist er noch nicht frei, ne? Ah, ich glaube, das wäre auch der Shortcut gewesen, wenn ich einfach geradeaus rausgegangen wäre. Dann hätte ich da nicht durchlaufen müssen. Ich hätte da rausgehen müssen und dann wäre ich direkt hier gewesen, ne? Ja, okay. Das ist der Shortcut fürs nächste Mal. Ah, ärgerlich. Ey, der war so knapp davor, dass wir niederwalzen. Ja, ja, nicht schlimm. Den bestatten wir jetzt nochmal einen Besuch ab. Herzhaft. Nein, neue Folge. Ja, Leute, in der nächsten Folge frittieren wir den mal so richtig. Der kann sich warm einstecken. Bis zum nächsten Mal. Euer Sly. Ich bin jetzt auf到, die Frau ist ja locker, weil es dir weh á locker, neighborhood – um in der Tür stellt – um in der Türkei.